Hey Leute, in diesem Video erfährst du einmal, wie du eigentlich so eine riesen Flamme bei deinem Feuerzeug richtig hinbekommst. Wenn du Bock darauf hast, bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir bei unserem Feuerzeug hier vorne diese Kappe runter machen. Hierfür am besten einen Mini-Schraubendreher verwenden und mit diesen hier oben etwas reinhebeln und dann sollte sich das ganze auch schon relativ gut vom Feuerzeug weglösen. Danach noch etwas mit die Finger hantieren und du kannst sehen, die Kappe ist schon einmal ab. Hier unten haben wir jetzt unser Regulierventil, um den Gasdurchfluss zu erhöhen bzw. zu senken. Nach rechts drehen erhöhen, nach links drehen senken. Wir möchten unsere Flamme erhöhen, deswegen ganz normal nach rechts drüben drehen und jetzt wäre die Kappe drauf, könnte man normalerweise das ganze nicht erhöhen. Doch nun diesen schwarzen Schalter einmal nach oben betätigen, dann schauen, dass sich das Zahnrad nicht mitdreht, wenn wir den Schalter links rüber tun. Auf der linken Seite angekommen, wieder nach unten drücken, dass er in dem Zahnrad hier einschnappt und dann das ganze wieder nach rechts drehen. Und so können wir den Gasdurchfluss immer wieder erhöhen. Danach unsere Kappe wieder auf das Feuerzeug sauber aufsetzen und das war es dann eigentlich auch. Das ganze schaut jetzt nicht nur relativ cool aus, sondern du kannst zum Beispiel auch Kerzen viel leichter anzünden, ohne dich dabei irgendwie zu verbrennen. Der einzige Nachteil dabei ist, dass du natürlich um einiges mehr Gas verbrauchst, als wie wenn die Flamme kleiner wäre. Doch wie genau du jetzt dein Gas auch noch nachführen kannst beim Feuerzeug, das erfährst du noch in einem extra Video. Wenn du jetzt zuhause übrigens ein Mini-Schraubendreher-Set, extra Feuerzeuggas oder dir sogar ein neues Feuerzeug zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hier für Amazon. Auf Amazon hast du eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis und das Beste dabei ist, das ganze wird direkt zu dir nach Hause geschickt und du musst nicht extra irgendwo in den Baumarkt fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zuhause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.